Noma Noma Gei Noma 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 Gei Noma 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 Gei Keep touch in Jagosanity Nya mi te este o Hallo! Someone asked me if I could do my next video in German. Und deswegen werde ich das jetzt tun. Und zwar... Wollte ich nur sagen, ich bin heute... ...Bangen? Nacht? Keine Ahnung. ...auf der Uncle Kai in Berlin und so sehe ich aus. Ich habe gedacht, ich mache mal wieder irgendwas... ...bootshakel. Sie sieht voll vorwärmlich aus. Sie sieht aber geil aus. Ja, dieses Geräusch, was du gerade hörst, macht es nicht gut. Fällt es dir schon? Ja, ich glaube schon. Ja. Wir haben gerade... ...eine Ahnung... ...Krau... ...und der Light... ...Krau... ...Schleichwerbung jetzt. So, jetzt eigentlich... ...Krau... ...und... ...Ja... ...Krau, das habe ich alles gesehen. Das macht okay, naja, passt. Ja, so zu 75%... Genau. ...wenn man schlecht wird, was du am ersten Mal bist. Und dann, wenn... ...wenn wir die Nacht bleiben, ...wenn wir dann... ...ich kann... ...Krau... ...ja... ...nicht wirklich falsch. Ja, aber die Stillefinger ist da. Ich bin so... ...ich bin so... ...und dann, wenn wir die Nacht machen. Ja, ich bin so... ...wenn ich... ...wenn ich... ...wenn ich... ...kann dir das Ergebnis... Juhu! Wir müssen uns kommen für 5 Minuten. Das ist ein Megaspiel zum Beispiel. Ja. Ich hab ja sowas gemacht. Nichts jetzt. Und ich hab ein Bauchnabel am Infobox. Gute Erzählen. Mein Auto ist auch von Infobox. Ich zipfe. So, wir sind im Kudamm. Auf den 4.00 Uhr. Ich hab die Heidegan gekauft. Zum Konzert. Wir haben die Kategorie gesetzt, weil ich mich hinsetzen wollte. Und wir sind gerade mitten auf so einem Deutschgang. Also eigentlich sollte man sich hier gar nicht hinsetzen. Sie sieht voll attraktiv aus. Ja. Er hält jetzt das T-Shirt an. Wenn man halt über Gefahr frei rumlaufen möchte, ohne Gefahr frei rumlaufen. Ja, das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich hab's zufrieden. Ich hab's zufrieden. Aber irgendwie ist das ganz unklauwe. Von der anderen? Weil die könnte sich nicht richtig nach oben gehen. Ja. Und außerdem sind die Pflanzen wieder in Spiegel. Ja, dann ist es, wenn die sie kaputt essen. Und manche sehen halt so aus, als ob sie unbedingt rauskriegen machen. Oh, voll süß! Ja, so sind die Karne's Haare, yeah! Hä? Warte, guck mal zu mir. Halt so hell, hell, blond. Mit Ansatz. Und ja, unsere Idee ist, sie selber zu machen. Und dadurch, dass der Ansatz ein bisschen goldiger ist, will ich da ein bisschen mehr Bilette als auf den Lenkonspitzen auftragen. Und ja, mal hoffen, dass es klappt. Ja, dann hab ich das echt noch gepackt. Oh, oh, oh. Sie nimmt hier die Kronen. Jetzt bist du gerade mit Narain. Sie ist ja eh, fertig geduscht, um mir die Schaue zu lassen. Oh, ich musste das hier sauber machen. Egal! Oh, wie kommt. Habt ihr gerade das tolle Hemd von Mika bewundert? Das ist mein Färbehempf. Was? Dass alle dein Hemd bewundern sollen, weil es mein Färbehempf wird. So schön, eigentlich. Aber so sieht Mika halt in so'n Assi-Outfit aus. Das ist mein Färbehempf. Leise ist mein Färbehempf. 29je. So schön, ich muss es dir tun Dank für dich. Das ist dein Färbehempf. F broker, jetzt könnt ihr den Färbehempf. Also, ich habe hier blankes Färbehempf. Bookst. Sehr gerne. Untertitelung des ZDF, 2020